Ah shit, here we go again. Ich hab leider... Doch, ich hab Annie in Wonderland endlich! Geil! Aber Reverse Annie wäre auch lustig. Das passt mehr zum Jungle, ne? Aber wir nehmen natürlich Wonderland! Oh, ich hab auch... Oh, Super Galaxy Annie ist eigentlich schon ein geiler... Oder Anniversary? Anniversary ist auch gut! Ich liebe Super Galaxy Annie, voll der coolen Skin. Ja, nehm mal. Das wäre natürlich wild, wenn ich wirklich so lange spielen müsste, bis ich gewinne mit einem Champion. Dann könnte ich wenigstens noch ein paar Skins ausprobieren. Aber dann brauche ich echt ewig. Also 160 reicht doch. Wahrscheinlich wird während der Challenge noch ein neuer Champion released. Oder gewerrikt. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also bei Tolkien wurden, glaube ich, zwei neue Champions released, als er die Challenge angewangen hat. Cassante und noch jemand, da musst du einfach nachholen. Bellweb. Bellweb, ja. Oder Bellweb, glaube ich noch... Ich glaube, Bellweb war sogar recht pünktlich. Hat er sogar angefangen mit noch. Oh, das ist auch ein geiler OTP-Name. Rast in Peace. Das ist ein richtig guter Kane-Rast-OTP-Name. Please, nerf ADC-1. Mundo-Jungle. Ja, okay. Gut, dass ich den... Also, hm. Ja, ne. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Kann man Camille nicht jetzt auch junglen? Ist das nicht so ein Ding? Kann man das nicht voll gut machen? Ja. Der übel ist gute Gangster. Was heißt... Jetzt? Die war ja schonmal Jungle. Stimmt. Ja, was mach ich denn? Wahrscheinlich Q, ne. If the target dies, enemy refunds the mana cost. Das gilt ja basically auf alles, ne. Ja. Okay. Ein Damage-Enemy-Champage... Ja, ich muss Scorch-Claw gehen, oder? Ich will wo on-shotten. Aber Movement Speed ist auch gut. Aber wir haben Movement Speed. Haben die B. After using four Abilities, next Abilities Stunts. Ich finde es geil, dass das auf alles gilt, weißt du? Bei den meisten neuen Champions steht dann explizit dabei, Ja, Champions oder Minions. Champions und Minions. Champions und Monster. Weil eigentlich so, ja. Everything who dies, dies. Oh ja, ey. Wir können hier echt für einen bösen Catch gehen, glaube ich. Leider habe ich die Q we skilled. Ist jetzt nicht der beste Catching Spell. Und der Lag war auch sehr, sehr ungeil. Alter, intet der? Alter, das wäre so geil, wenn der jetzt einfach hier reingelaufen wäre, ne. Einfach so. Ah! Einfach so, Junge, weggefickt. Auch so. Also, die Geschwindigkeiten die Trezeful volldenknow. Okay, der Crewdown von meinem Q bleibt echt immer auf vier Sekunden, ist ja mega scheiße. Ah, also Any Jungle, ne, ist jetzt nicht heftig. Ich sag's, wie es ist. Unvorstellbar. Der Clear ist schon bad. Alter, ich geh sogar echt um, trotz Buber. Das ist wild. Der hat schon mal kein Flash mehr. Ups. Scheiße. Der Suhr hat kein Flash mehr, das ist schon sehr gut. Wurde ich gleich mal vorbeischauen, wenn ich den Rap-Off schaffe. What the fuck? Hä, sag mal, jetzt haben wir mal hier Butter bei die Fische, warum schaffe ich den nicht? Hallo? Der hat auch kein Ignite mehr. Alter, okay, ich komm glaube ich nicht vorbei. Ich war ein Auto-Tag vor Tod. Ja, cool. Das ist sehr schlecht. Ich hab ein Location-Reset bekommen, ein Buch und ein anderes Cake-Teil. Ich glaub ich geh mal Top-Land, das ist ja eigentlich free. Wie könnt ihr denn von dem Mundo-Jungle gegankt werden, Alter? Ich hab' einen Stun-Ready. Ich könnte halt gottlos anflaschen. Warum... Die wurde nicht gestunnt. Sie hat, sie hat ja Flash gefällt. Das ist ja ultrageil. Aber auch nur noch nicht. Nur deswegen haben wir verloren. Ja, naja. Good Job. Ich hab' eigentlich nichts getan außer Damage. Ich hab' ihn nicht mal gestunnt, obwohl ich Stun-Ready hatte. Das war schon sehr traurig. Oh ne, mein Mana-Fuse ist aber auch insane. Ich würde jetzt Mittel-Gang, jetzt bin ich ready. Der könnte gleich wieder Flash haben. Ja, ich stun ihn einfach, oder? Gut, ich muss kurz meinen Stun vorbereiten. So, jetzt. Ja. Stun sitzt. Oh mein Gott. Ah, Stun sitzt trotzdem. Geil. Gut gebrockt. Aber jetzt hab' ich keinen Mana mehr. Perfekt. Mundus Mittag. Ja, der kommt zu mir, oder wie? Nee, der war auf dein WhatsApp-Jungle. Okay, dann bitte mich Counter-Jungle wahrscheinlich. Geil. 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 Schau. Ja. Er rusht natürlich hart, der Keg. Er hat meine Wölfe hier gemufft. Spell Immune! Ähm. Stop, ich komm da noch raus. What the fuck? Ich hab's nicht geschafft rüber zu gehen. Spinter. Ja, also... Hätte ich flashen sollen. Ich dachte, ich komm da raus. Aber, I guess, seine W macht halt mit der Bitch. Ja, ich sollte nicht weh drücken. Weh macht. Es ist zu viel Mana weg. Ich lohne mal, den sollte ich nur Q sein. Das ist keine Wünsmeer. Komme. Aber auf der anderen Seite nicht. Weiß ich nicht. Ja, das kannst du nicht, wenn du einen Keg. Ähm. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh yes! Der ist schnell! Wieso ist der so schnell? Ich werde gleich sterben. Oh Gott, der Jhin weh. Ja. Oh. Mund hat keinen Assist. Worth. Absolute Worth. Boah, Alter! Wieso outrunnt der mich, der Wichse? Ja. Das ist krass. Hitobofest. Boah, ich war wirklich 1HW. Ich glaube, der Rasu war ein bisschen sauer für den Moment. Ja, wahrscheinlich wegen... Hä? Digga. Ne, ne, der hat mich ja nicht einmal berührt. Ja. Ey, weiß ich nicht, wieso er mich outrunnt hat. Er hat Ulde angeschmissen. Er kriegt ja Mut mit seiner Scheiß Ulde. Aber das ist schon ein bisschen unfair eigentlich. Er ist Level 7. Ich bin Level 5. Also, ich mein, was soll ich dazu sagen? Ne? Impossible, dass ich da, dass ich da hin komme. Aber, wäre schon geil gewesen. Nein, ich hätte den Mund und den Kühl lassen sollen, wo Jin ultet, weil es war eigentlich nicht geil, Jin den Kühl zu geben. Aber ich habe jetzt Ulti, ich kann jetzt richtig gottlos jemanden wegflexen. Warte, hast du leider weggeflext? Ja, er hat mich schon wieder unter Trau geültet, also. Ohne Sonja, das mache ich noch nicht viel gegen ihn. Ob ich eigentlich 1 für 1 zu Ende ist okay. Das ist nur jeder fünfte Spell von mir. Stunt ist aber auch echt ein bisschen dämlich. Ich meine, es ist cool, dass generell jeder fünfte Spell Stunt aber... Also, ich habe nicht 1 Safe mit CC Spell quasi außer meine Ulti. Das ist halt das wilde. Ich könnte hier so einen gottlosen Counter-Gang machen. Aber da fachst du basically einen Point & Kickstern. Ja. Verstimmend. Schade. Ich habe versucht. Na ja, wir haben hier einen Flash gezogen. Das ist gut, ich glaube. Los Timbers, greif an. Ich habe keinen Mana mehr, Alter. Oh man. 0-1-2, also so scheiße stehe ich nicht. Leider stehen die Gegner irgendwie... Was stehen die? 9-3? So ein bisschen... Draug? Der hat schon wieder seine Rotz-Ul. Also... Ja, so ein Huren, so ein Champion... Ne? Es ist so annoying. True. True. Wow. Oh, wieder einen ewigen Kampf gegen den Rapper führen. Gar kein Bock. Ach, Garen. Muss nicht sein. Ich krieg... AP wieder an irgendwas. Alter, ich bin schon sehr useless, Alter. Oh man, ey. Ich töte nicht mal die kleinen Viecher. Was ist das denn? Ja, Mundo ist hier. Ich bin einfach dead. Dank dem Minion-Block von dem Scheiß-Vogel, Alter. Danke, Team. Ey, dieser blöde Minion-Block, der hat mich so gebumst. Lass ihn resetten. Hallo? Ich bin schon... Ja, Yippie! Das ist auch so ein Hure-Tap, Alter. Ja, mehr konnte ich nicht machen. Nice job, Garen. That's all I can do, ne? Das Auge hat sich umgedreht, so. Warte, ich krieg Leben von dem... von dem Rift-Held, wenn er gespawnt ist, wenn ich ihn töte. Das ist ja auch witzig. Jungle-Creep. Ja, es ist ein Jungle-Creep, aber I mean, hä? Es ist doch schon längst gesp... Also es ist... Ja, ich meine, es ist nicht im Jungle, deswegen finde ich das so witzig. So, jetzt kann mir Tibbers helfen. Let's go! Ja, ich muss jetzt noch nicht swatchen. Los Tibbers, bekämpf den Blue-Bow. Jetzt Tibbers D-Spawn. Oh, ich hab ne Menge Gold, also jetzt mit dem nächsten sollte ich... Ach, ja, so. Ja, hu, so. Ein Champ, der meine ganze Combo einfach flocken kann. Na, bis auf die Ulti. Warum muss ich jetzt die Potlame beklären? Ja, wir müssen. Warum muss ich jetzt die Potlame beklären? Ja, wir müssen jetzt hier. Ich habe keine Ulti, ne? Aber ich hab einen Stun. Äh, ich kann den Stun? Ja, ja. Da hat's gesehen, dass ich komme. Ich mach halt einfach kein Damage. Aber ich habe auch ne Menge Gold in der Base. Also ich würde echt gerne nach Hause gehen. Das heißt, ihr müsst jetzt... Jetzt muss ich da scheiß Blading Share mit dem Sillion. Oh, Yasuo ist, äh, Sidelane. Hm. Ich würde vielleicht doch Ghost liegen sollen. Ist zumindest öfter ready als Flash. Oh, Yasuo ist, äh, Sidelane. Ich würde vielleicht doch Ghost liegen sollen. Ist zumindest öfter ready als Flash. Naja, geht von Topline, I guess. Die Meld Faps. Na, noch nicht. Oh! Boah! Okay, ich habe meine Ulti gefailed, Alter. Er wurde nicht gestunnt, aber... Aber trotzdem... Nice. Oh, den Garrym Movement Speed geben. Und Shield. Ah, ist schwierig. Die Ulti fliegt. Ist nett, aber bringt nichts. Oh, das ist gut. Oh, das ist gut. Die sind leider echt ein bisschen, ne? Sie sind alle nur hoch und hier habe ich mich gesehen. Mein Bett. Ich komme, Leute. Aua, Alter. Wieso macht der 400 Damage? Ich kann ihn gottlos anflashen, wenn ihr überhaupt habt. Hallo? Point-to-Click. Alter. Bin ich dumm oder so? Point-to-Click ist manchmal... Also, ne? Ich bin schon manchmal zu schlecht, um Point-to-Clicks zu töten. Auch gut. Wunde-Pack. Jo, ich habe gleich wieder Ulti. Können den Bunde so gottlos abfangen, wenn er Bock hat. Ich bait ihn mal. Genau, das meine ich. Ulti. Oh, geil. Ah, 1 CC Spell kann er blocken auch. Scheiße. Aber mehrere nicht. Er tä... Oh Gott. Run, you fool! Ich bin, glaube ich, ein bisschen... Eieiei. Eieiei. Oh, der Jinn hat mich gegave für das Collector. Oder einfach. Ich habe keinen Flash. Scheiße. Oh, bin ich keck. Wir wurden, glaube ich, geflext. Oh, Jinn. Es ist 1-5, ey. What the fuck? Oh, Zillian. Zillian to William. Eieiei. 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 Ich weiß, dass die Dings noch nicht mal die Hälfte von ihrem. Also, das ist... I mean. Sorry, aber so ein 7-0-Jinn kann ich dann auch nicht mehr one-shotten, weil er one-shotte mich vorher. Ey, wie soll ich sowas gewinnen? Weiß, ich spiele ja nicht mal scheiße. Ich habe 80 Farms. Das ist natürlich kacke, aber ich stehe 1-2-6. Ich gebe mein Bestes hier. Ist halt mal wieder Bot-Diff, Alter. Du darfst halt einfach nicht von der Bot-Lane weggehen, wenn du halbwegs gut auf der Bot-Lane bist. Weil, ohne Spaß, die Bot-Diff ist ja so insane. Und das Gefühl jedes Game... Ich würde sagen, was Annie ist. Ein Nahkampf Lux. Ja. Ich glaube so, warum Lux war einer der besten Mages ever ist, wenn einfach Annie und Nicole es nicht sein können. Oh! Oh! Oh, oh. Eben wegen solchen Champs. Beziehungsweise, weil die... Wie du halt mit Annie oder so und keine wirkliche Identität hast. Kommt KarOL to mir oder was? Kommt nicht alle zu dir... Ich bin weg! Ja, OK. Aller ist gelogen... Ja, also das war guter Schaden, würde ich sagen, aber leider reichts halt einfach nicht. Hallo, ich habe keine... Ich habe keinen... Ich habe keine Mana. Oh, ich hab die getötet, lol Ja, okay, dann gave was mich einfach So, was ist das? Outplay, aber Aber ich hab die Kamille getötet, wow, also mein Tibbers Ich hab einfach gegen Tibbers verloren, ja Ja, aber was ist das denn? Ich kann einmal ne Full-Combo machen, danach bin ich todes-useless Selbst Garen macht, ist nicht so useless nach ner Full-Combo Welcher Champion ist denn so todes-useless nach einer Full-Combo, außer Annie? Ich hab ja nicht mal Rechtsklicks wie Nico oder Lux, alter Ey, das ist wirklich illegal, wie schlecht Annie eigentlich ist, so als Champion per se Und ich burst ja nicht mal gottlos, ich hab Full-Combo gehiltert auf Kamille, die 0-3 stand Und ich hab sie nicht getötet Mein Tibbers musste erst 20 Autodacks machen Oh, mein hab ich auf Ja gedrückt, ja gut Unter 20 Minuten, äh, mach ich nochmal Ja, und jetzt töte ich den nicht mal Geil! Was soll das? Wieso hat der beide Stunts geblockt? Der Keck Wieso hat der beide Stunts geblockt? Ich hab zwei verschiedene Stunts gemacht Hat der mit einer Passive Mit einer Passive geblockt? So, ich brauch Tibbers noch zum Junglen So, ich brauch Tibbers noch zum Junglen Wo ist Tibbers Skywarn? Schock auf, äh, ich Vor Jojo? Vor Jojo? Vor Jojo? Vor Jojo? Vor Jojo? Vor Jojo? Auch deswegen hat er's surrendered, lol Ja, Annie Schmutz-Chem, ne? Was soll ich sagen? Das ist leider kein gutes Chimp-Design Was ge- ey Die Playrate von Annie ist auch so Also es ist halt wieder so ein typischer Anfänger-Chem Aber der ist gar nicht mal gut designt Also, ja, das ist nicht gut designt, aber ich mein Warum sollte man jemals Annie spielen wollen, wenn man auch einfach Lux spielen kann, ne? Geilere Skins, geileres Alter, ne? Geilerer Champ Ende Besseres Spills Ja Ja, mit geilerer Champ meine ich ja besseres Spills Es gibt einfach, also ich verstehe sowas wie Annie nicht Wenn, wenn du schon, wenn, dann musst du schon eher Warum machst du denn das? Annie ist doch nur ein Mädchen, die Magie hat, ne? Warum machst du doch nicht einfach so einen Summoner aus ihr? Du sagst, yo, ich spawn Tibbers und buff den des Todes hoch, Alter Ich hab einen Spell, Q-Spell, der Annie alleine hilft So von wegen, yo, der kann stun und ein bisschen Schaden machen Und die anderen beiden Spells buffen Tibbers des Todes, weißt du? E, Shield Movement Speed, aber wirklich gut Und W macht Tibbers so eine richtige AOE-Feuer-Inferno-Scheiße Wieso, warum machst du sowas nicht? Dann hast du einen Summoner, weißt du? Dann kannst du so eine andere Unit steuern Was, welcher Champion kann eine andere Unit steuern? Niemand, oder? Uriana ihren Ball, huhu, crazy Aber selbst das ist schon geiler als Annie, um ehrlich zu sein Gibt es irgendeinen Champ, der eine andere Unit steuert, mainly? Joick? Ne, der steuert die ja nicht Äh, Shako? Also, ja, Ivern Aber selbst Ivern ist auch besser als Annie Nja, Shako nie Nein, nein, ein Champion, der nur darauf aus ist, die andere Unit zu steuern Und die andere Unit ist stärker als der Champion selber Das meine ich Und so würde ich gern Annie haben, weil Annie hat keine Identität Flash-Ult-One-Shot Wow, krasser Champion, Digga Ich würde sie echt changen Komplett, komplett changen Also, was heißt komplett, aber Viel mehr Fokus auf Tibbers setzen Nicht nur One-Shot mit Tibbers, sondern auch wirklich Tibbers muss ein Raid-Boss sein, weißt du? Einfach ein kleiner Mini-Raid-Boss Am besten wäre eigentlich sogar, wenn sie die ganze Zeit Tibbers spawnen könnte Und dass sie, dass sie so krass scaled Also, dass sie quasi Im Early-Game natürlich nicht den heftigsten Tibbers der Erde hat Aber dass der Tibbers die Fights für sie übernimmt So nach dem Motto Also, der Tibbers soll generell die Fights für sie übernehmen Aber dass der halt immer besser wird und immer stärker wird Dass du quasi ihre Main-Spells äh Skillen kannst und dadurch den Tibbers krass buffen kannst Oder vielleicht ihre Main-Scales sogar sich verändern im Laufe der Zeit So wie bei Kale so ein bisschen Irgendwie sowas Also so richtig geile Tibbers-Raid-Boss-Action will ich sehen eigentlich Aber ja, Andy selbst ist halt boring